Wie viel Geld kann man bei den Stipendien bekommen? Das hängt jetzt stark von einem Stipendium ab, was du bekommst. Ich gebe dir mal verschiedene Größenordnungen. Ich hatte verschiedene Stipendien. Mal ganz stumpf angefangen mit Online-Stipendien wie das von E-Fellows. Da habe ich, glaube ich, gar kein Geld bekommen. Man konnte dann so ein paar Zeitungsabonnements kostenlos bekommen oder so. Das heißt, Geldwert hat da einen Vorteil von 10, 20 Euro vielleicht im Monat maximal. Dann mein nächstes Stipendium war das Deutschland-Stipendium. Da habe ich jeden Monat 300 Euro, hätte ich bekommen. Ich habe es dann wieder zurückgegeben, weil ich ein anderes Stipendium bekommen habe. Das Deutschland-Stipendium habe ich jeden Monat 300 Euro bekommen. Für ein Jahr nimmt man natürlich. 3.500 Euro hochgerechnet sozusagen. Dann das nächste Stipendium war das Stipendium von der Stiftung der deutschen Wirtschaft. Da habe ich auch fix jeden Monat 300 Euro bekommen. Und dann bekommen wir nochmal obendrauf BAföG-abhängig ein bisschen was. Und ich habe dann tatsächlich nochmal so knapp 200 Euro obendrauf bekommen. Also 500 Euro im Monat. Als ich im Ausland war, habe ich nochmal obendrauf 350 Euro bekommen. Also 850 Euro, als ich im Ausland war. Plus nochmal Flugkostenpauschale. Plus ich hätte auch den Master bezahlt bekommen. Und dann gibt es natürlich nochmals andere Stipendien, die nochmals mehr zahlen. Wir haben zum Beispiel einen Coaching-Teilnehmer, der hat mit uns ein Stipendium bekommen. Ich glaube vom DAAD. In Höhe von 30.000, 25.000 Euro oder so für seinen Master, den er in China machen möchte. Also sowas gibt es dann auch immer. Das heißt, jetzt nicht Sky is the Limit. Aber es gibt schon auch Leute oder unser Stipendien-Coach Nuri hat ein Fullbright-Stipendium. Beim Fullbright-Stipendium werden dann teilweise auch Forschungsaufenthalte in den USA gefördert. Die können dann auch vielleicht sogar mal sechs Stelle gehen. Also da kommt schon eine Summe zusammen.